Die Seuche, die beschäftigt uns seit längerem. Sie ist in Europa präsent, stark auch über Osteuropa kommt. Klar betonen möchte ich aber an dieser Stelle, weil es viele Verbraucher auch umtreibt. Und das sehen wir auch an den Fragen, die uns jetzt schon erreichen. Eines ganz klar, die afrikanische Schweinepest ist für den Menschen ungefährlich. Ein Wildschwein gefunden worden, ein Wildschwein in einem Landkreis. Und jetzt werden die nächsten Schritte unternommen und weitere Kadaver gesucht, damit man einschätzen kann, ob es eine Verbreitung gegeben hat, ja oder nein. Und deshalb sage ich, wir verschaffen uns jetzt hier. Untertitelung des ZDF, 2020